Hi, ich bin der Günther, ich komme aus dem neuen Bruder. Willkommen zu einer doch neuen Folge von Deltarune. Ich weiß, ich wollte das Spiel eigentlich komplett in einer Folge durchspielen, aber da habe ich auch gedacht, das hat eine Stunde oder so Spielzeit. Aber nein, erstens geht wirklich ein Genocide Run, zweitens hat es etwa drei Stunden Spielzeit. Hier wollte ich euch jetzt einfach mal das Menü zeigen, wenn ich schon da bin, man hat drei Slots, anders als in Undertale. So, hier sind wir in der letzten Folge stehen geblieben. Und heute in der Schule hat mich wer darauf aufmerksam gemacht, das Spiel hat wirklich ein bisschen viele Undertale-Anlegungen. Stellt mal den Namen des Spitzes, Deltarune, um, Undertale. Dann stellt mal den Namen, den man selber hat, den Anfangsbuchstamm als Ende von NF davor, Frisk. Und dann, hier noch, Ralsei. Und jetzt stellt das mal um. Es ist real. Nur Susi hat keine Freunde. Aber das Ganze ist wirklich, warum sprechen wir eigentlich zum sechsten Mal? Das ist wirklich sehr an Undertale-Anlegungen. WTF? Hi. Wenn man den umstellt, kriegt man nur kein Zahler aus. Flip my flap, tschüss. Das kann ich mal wie die Englisch-Sprachne. Die Clowns are back in the town, Rai-Ban-Yon. Since you left zombies, they were a minutes ago, I've created a brand new fighting team, ready to stop you. Not even the purple girl can stop me now. I'm ready to be... Stop talking. Oh, what is that? Why I was saying that? That's my evil laugh, scary. Sound like baby soundtrack. You mean like in a badass way? Shut up. Oh, yeah, it skips off. You really think you know how to be scary? And when I... Rob... Nobody for... Who this... And guys, really you... I like you really pissing me off. Because you wouldn't know scary. If it picked you up and bit your face off. And it's not true. Oh, is it me? Then why do you... Don't you please? We'll start with the part, while your face gets bit off. This is creepy. Okay, I get it. Thank you, perfectly. What? Thanks, it was kind of me. To teach me how to be scary, you wouldn't even love. I wasn't. And now... You're going to be trashed. Hehehehehehe. Merry Christmas. This was... Merry Christmas was a bit unnecessary. But hey... ...jigsawry... ...befriend... ...du kannst immer noch nicht... Oh, thank you. Scheiße. Gut, ich glaube, Pazzi Fest hätte ich jetzt verkackt, wenn man dafür niemanden zieht mehr. Eh... Wie kann ich denn dafür sorgen, dass du dich angreifst? Ich bin nicht müde. Hier, da gibt es ja auch keinen. Hier, wie soll man denn das machen? Oh, ich bekomme trotzdem keine Erfahrung, solange ich selber nicht angreife. Ah. Oh, no, Chris, in our puzzle. Let's read the instructions. The instructions are renderised. It says, Most fools, you will never figure it out now. Winning instructions. That is definitely against the rules. Then it says, Yes, I make my own rules. Okay. Well, that explains that. Why don't we just jump over the spike fence? Because then we get impelled and die. We are rendering. You do the puzzle. Try your best. Man, I just want to go back to the door. The puzzle is over. Yeah. Okay. Everyone likes to move. Good job, I think you're onto something. Chris is over. I'm already 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 over. Good job, Chris. Good job, Chris. And I want to go back to the counter. The door is away. Good job, Chris. And I want to go back to the counter. The door is away. The door is away. Oh. Good job. And now I will go back to the counter. Oh no. Oh no. Ich hätte den oberen Verscholen. Wer lebt noch? Aua. Was ist denn noch? Ich kann beides machen. Outsch, ich bin heute ein Großen. Die hat schon Schaden, Mori. Ich hab' da überlegt. Great Chill halt. Ich hab' hier schon Kohle. Äh, was ist da, wenn es hochbehrt? Ich hab' hier schon Kohle. Äh, was ist da, wenn es hochbehrt? Ja. Kacke, ich hab' nämlich genau gemerkt, was da stand. Nun, es gibt kein Blut. Und so, jetzt kriege ich wieder immer wieder auf die Bessel. Kommt die von mir keinen Damage hier. Ja. Ja, Kacke, ich hab' den Skinny. Ja, okay. Ist doch tot, aber... Hier ist anscheinend dieses... ...Kar... ...Wenn du step into the light, du return... ...to where... ...to where... ...to where... ...to where... ...to where... Ich werde immer ... ...eit... ...karte. Ja. So, gewonnen. Ich will mich gegen jeden von denen, der hier auftaucht, campen. Too easy. High cancer. So, you've begun to get bored. They have one pound to all cast. Impressive, so it's a shame. You wanna make it a step further, cause my guys are about to smash you into blood. Lots of blood splishing blood. Schon wieder, zum 18. Mar werden wir jetzt zerstörd. I love the girl, what's that scarier? Why are you asking me? Because your unique equivalent has been terrifying. I wanna be as scarier as you. You want to be like me? Yeah. Well, that's stupid. But the new life will be as awful. And then you turn it. I'm still to bloodless earth. Cool. But there is a look to buy the girl. It's put the blood in. Oh. Yeah, I'm not supposed to make a mess. Anyway, thanks for your feedback. I'm really feeling scary. No, no problem. I see, I think. I'm not American. Well, guys, gonna take us over. Oh, hey, yeah. I was so excited that I forgot to bring him. Next time, it'll be the end. Oh. I have just been calling you guys clowns. So that you have an artificial name or something. Well, I suppose you should come up and... No, we shouldn't. Then, besides, I want to put a name in the bucket. Really. Alright. Everyone's pushed in there and has... Eh, actually... Okay, I'm not supposed to do anything now. Eh, since I'm not black, I don't care. The Lancer label paper meat paper crumb. Of course Lancer. The Lancer. Wow, the big daddy one is really good. Why do you get to choose the name? Hey, baby Christy. Yeah, it doesn't matter who may have written it. Regardless, Lancer is going to be absolutely doomed. This name feels weird, actually. Eh, I know. Let's call it. Lancer Fan Club for sure. See you later, V. Yeah, best team name. I'm now... Yeah, the power of Lancer Fan Clubs. Oh. Okay. Und woher weiß ich... Oh. Das ist komisch, die Stelle. Ich weiß grad nicht, wie ich das gescheit machen soll. Ah, kacke Fail. Das ist mies. Alter. Das könnte dauern. Mann, ich bin doch da gewesen. Ey, ich hasse dieses Feld da. Ich bin durch, ja. Danke, Gott. Es kommt gleich wieder ein Gegner und ich versuch... Oder mehrere und ich versuch, ihn zu entkommen, weil ich keinen Bock auf 80 kämpfe. Was bringt das? Autsch. Ich kann mich einfach verschonen. Ja, ich würd' ja gerne, aber... Das liegt nicht Te debit an Schöne macht mich zum Beispiel? Ach, Schuss. Without more time, I'm deciding to kill you. Oh, die anderen sind weg. Alles klar, das Ganze ist anscheinend wie ein riesiges Schachspiel-Hall. I'm simply warning you. Something extremely dangerous is lying ahead. It's actually really inconvenient. I can't go on it. All because I'm so scared. Oh, what is it? Oh, hey, little guy. That's the way we're... Wow, purple girl, you aren't scared? Why would I be... What is it gonna do? And where I normally... Oh. It crushes people to death, I think. Fuck, and what comes? K-Route. Uh... That's it. If we can get his crown off, it should turn back into a little guy. Oh, this was schon damage. Vielleicht ist es vielleicht nicht falsch. Undault, undault. 15% ... 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 Fendlose, nochmal. Oh, er heilt sich. Du siehst dabei Tegel und jermaine ist stronger. Schlefffinger, I'm afraid. Auf deutsch, ich muss dir, wenn ich jetzt bei anderen sind für das Ding im Europäer. Komm, ich hab's fast. Das ist der erste richtige Boss-Kant in dem Spiel. Ob der... Die Attacken-Triggern nicht. Und jetzt kann ich's lösen. Und da ist es klein. Und rollt weg. Nur dreizehn. Wizzle. Wow, you clowns really are heroes. You saved the next 20 minutes of my life. Yeah, yeah, I'm pretty great. Uh, excuse me. Not to downplay your contributions. But you didn't actually have it all. You only made everything worse by attacking it. You just acted nice to it in the first place. We could have avoided that entire battle. Are you for real? That thing was bloodthirsty. The only thing keeping it at bay was my ex. Und da me how you terrorized those troops. Those guys were enemies. There are four terrorizers. Yeah, she's right. And we found that you ate an innocent person cake. Cakes out. Oh man. Susie, whether you like it or not. You are a hero. One with the power to bring peace to the future. Could you please start acting on? Yeah, when you're laid out like that. I've been a pretty bad hero, haven't I? Alright, alright. So, you got it. I changed my race from now and I won't be such a rotten hero anymore. I'll just be one of the bad guys instead. Uh, really? You're going to be on my team? Yeah, sounds way easier honestly. Susie, you can't just... Quiet, too fat boy. Susie is my com right now. Oh yeah, too fat boy. We're going to have monogrammed track jackets. Yeah. And people was... Oh, sorry. Um, yeah. Anyway, see you guys never. Hehehe, you can't even laugh that long. Aha. Chris, but I shouldn't have been so hard on her. I just wondered that if Susie is too injured to fight, then... Well, let's just be kind to her, okay? I'm sure Susie will come around soon. Okay, I'm just going to... Immer da oben! Äh... Scheiße, ich kann nicht zurück. Ich gehe mal fällt. Ah, hier ist die Tür, wo ich gerade war. Komm ich jetzt... Oh. Das heißt, da rechts geht's weiter und das ist halt einfach ein Teleporter. Was ist ein schwerer Kampf? Oh, hey. Ah, so die Lanz! Hehehe. Weil du nicht so kassierst. Na, du bist bereit, du musst du sehen, was passiert. Oh, hey. Das heißt, da rechts geht's auf. Against a team that crushed anyone in their way. Dark Dark Lancer. Violet X in the... There we are. The Dark Lancer Banker. So, what's your evil plan? Uh, you, we just formed our team. We haven't done anything past our intro yet. Have a little patience, please. Oh, sorry. We are looking forward to the rest. Well, you won't have to look forward for long. Starting now, we are going to work... Cheat... Unstopping in the lead. To make an evil plan to trash your clowns. Watch your backs. And your fronts. What the fuck? Das ist ja noch dummer als vorher. Lol, der Gegner. Da unten sind... Ah. I need to get something... Clover. Okay, ich hab nix. How's the evil skin going? Uh, oh, der, der. We're here. What? So we're having a snack. I see. Come on, all I had for breakfast was short. And I didn't need anything. So what are you two having exactly? Just a badly treasure I had in the stamps orchids. And that is... Peace for yourself, my man, man. Chris, do you want to try it? Ich probier's. Ich probier's. Salsa, es hat irgendwas regeneriert. Ne, what's in it? I don't know. Es hat keine Nebenrennen regeneriert, aber... Irgendwas hat es regeneriert. Ich mach wieder deutsch. Da muss ich aufpassen. Was ist hier? Was ist hier? Oh, das ist hier. Oh, das ist hier. Oh, das ist hier. Ich denke... Es war... Nein, nein. Es ist hier... Es hat mich... Nein, nein. Dass ich hier den nicht nutzen kann, aber... Ja. Hier ist ein Ball... Ich sag dir, das ist ein Ball! Oh, das ist Garf. Ich habe gemerkt, dass du einfach nicht so weitestigen kannst. Das ist gut. Es ist mein Geist, dass du den King verletzt. Die Fokke sind wirklich nicht gettet und nicht kriminellt. Ah, cool. Ich bin wirklich energiegeladen und ein potenzieller Krimineller, aber hey... Ohne das automatische Rennen hätte das hier echt schwierig werden können. Für jeden, der das Passwort vergessen hat, da oben steht's. Ah, das ändert das alles. Warte, das heißt, ich brauche... Oh... Oh... Thanks for doing the puzzle for us, Losers. Eh, thank you so much, Losers. We were having trouble. Oh, ja, Losers. Aha. Der... Ich muss ja nicht bescheiden. Ähm, muss ich nochmal das selbe Passwort rein, oder? No. Da ist Spiderman, oder so. Da ist eine Raut. Ich warte mal, bis der Gegner vorbei ist. Rot-Blau-Rot. Dann kann ich ja mal ausprobieren. Ah... Damit weiß ich, es kann auch. Rot-Blau-Rot. Ah, das ist ein Gegner. Ja. Hey, it's my birthday today and you didn't even say hello. Let's find actually stop and say hi, folks. Shut up, they don't deserve us. Hey, calm down, you two. Let's celebrate my birthday. Yeah, got ready. Too hot. I'm sorry about this. Irgendein... Ach, Clover. Da... Von dem Ding hat doch... Schon wer geredet. So... What would you like comment on that? Hey... Äh... Folge... Ich sollte da irgendwie was anderes reden. Äh... Sie haben alle Geburtstag, weil sie eine... Person sind... Äh... Tiere... Oh... Juck's nicht. Die Attacke ist jetzt nicht schwer. Vielleicht ist jetzt gleich ein paar Bosscamps... Mehrere Bosscamps bekommen. Ich wundere, wie viel das ist. Äh... What kind of points do you like? Äh... Äh... Das... Das hab ich auch schon gesehen wegen dem... Schliefer. Sie ist... Tired. Okay. Ja, dann weiß ich genau, was jetzt zu tun wird. Easy. Lol, ist das einfach... Oh... Nämlich. Äh... Oh... Get gentle, clums! May we interest you in a Lancer cookie, or proceed, go to kicking your ass. It´s a mere 50G. Your name is perfect... We are being cheated by us, now we may have found our illegal clan... Uh, whats up there? Alright, so why shouldn't we split this chain here? I'll take the blood and you take the skin. You may ask, how does a donut fit into your clan? I'll read clan, sec. I'll... okay, the delish... for delicious treats. It sounds like you need to go to clan school, Dr. Two-Fast. Heh, yes, I'm a certain doctorate smart genius. Am I being mad fun of? Heh, heh, heh. Sie haben also das Geld jetzt für ihren dunklen Plan benutzt. Halt 5 Leben? Fragezeichen. Fuck, ob ihr was sinnvolles... Halt der mehr? Kacke. Plus Fragezeichen, ist das vielleicht zufällig? Schokodiamant. Ich mach mal bei jedem eins. Was bringt der Diamant? Wahrscheinlich heißt es für unterschiedliche Charaktere unterschiedlich viel. Aber wie das Ganze weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.